So, ein Roller-Schön. Ähm, joch. Auf jeden Fall geht's weiter. Was ich auch so gehofft hatte, ähm, hab ich jetzt ja hoffentlich überhaupt gestartet? Bin grad ein bisschen confused. Ja doch, hab ich. Äh, was ich hoffe, ist, dass wir auch mal, auch mal auf Minen treffen. Gibt's ja in MyCon auch richtig Minen. Und da gibt's nämlich auch so 8 und 7 Kisten, wo dann irgendwelche Wert von Sachen drin sind. Zum Beispiel Diamanten. Apropos Diamanten. Ich mach mal etwas. Ja komm, okay, okay, okay. Äh, Special-Folge. Fuck. Fuck. Wir brauchen einen leeren Eimer. Und ich will jetzt nicht die drei Lava einmal verschwenden. Deswegen verschwende ich lieber dreimal Eisen. Ich meine, wir haben ja jetzt voll viel. So. Special-Move. Ein komplett out of order hier. Also, wir klären uns mal hier ein bisschen Wasser. Danke. Und machen jetzt mal aus dem gesamten, ähm, äh, Lava, was unten in der Höhle ist. Machen wir jetzt mal Obsidian. Und dann bauen wir die Scheiße nämlich ab. Also, zumindest ein paar oder viel mehr wie vier untergraben ist. Ich hoffe, dass das geht. Nicht, dass das ist, weil, äh, äh, es gibt ja einmal Lava. Das ist nur praktisch eine Fitze. Also, über eine Schicht. Da gibt es auch noch sehr häufig Lava. Das gibt es über zwei Schichten. Und dann gibt es aber auch ab und zu mal Lava. Das geht wirklich über mehrere Schichten. Und das dann untergraben wird eher schwer. Von daher hoffen wir einfach mal das Beste und rechnen mit dem schlimmsten. Ähm, ähm, ja, was ich sagen wollte. Ähm, dann gucken wir mal, ob es in der Nähe von dem Lava Diamanten gibt. Also, das war gerade heftig. So, hier, Wasser. Bam, 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 let's go. Achso, wir brauchen jetzt eine Fackel. Also, es wird sich doch ganz so dunkel. Klappe. Das war schon, wenn ich. Willst du mich ficken? Komm her, danke. Und let's go. Ja, ja, komm noch in. Ah, jo, 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 jo. Da geht auch. Also, auf jeden Fall noch weiter. Da sieht man schon, da läuft überall noch was. Ähm, was ist da? Nein, hä? Das ist Wasser? Ich bin verwirrt. Hallo. Ey, ey, hallo, hallo, Music python! mich gold ein toll er würde so noch einmal und das ist wirklich hab's doch gewusst dass kein dunkel wird so perfekt damit haben wir hier schon mal einen relativ sichereren bereich als davor jetzt bräuchte ich ganz kurz die ganze kack ab auch nein ich bin schon wieder ernsthaft jetzt kommst du ganz schon häufig oder was egal jetzt hätte man ganz schön nachfahren so gut ich versuche das ganze ding wie gesagt einmal zu unterwandern ich habe keine ahnung was funktioniert ja doch sieht gut aus jawohl es ist nur eine schicht nein oder auch nicht fuck hä hallo wow was zur Hölle ist das gerade passiert hä ach komm Stein danke 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 du da rein mein Wasser nein fuck es ist also nur hier vorne eine Reihe fuck aber wie ihr hier schon seht wie ich schon sagte in der Nähe von Lama gibt es generell gerne mal konzentriert Nährstoffe Rohstoffe wir dürfen so nicht zu weit in die Bischung waren wollen wir unten immer noch Lava also ich glaube ich nicht in die Tiefe bauen ja genau das nehme ich ja genau das nehme ich ja das ist diese sogenannte Redstone nur wie gesagt ich weiß nicht ob wir das überhaupt in naher Zukunft mal verwenden ach hier unten ist noch hier unten ist noch relativ dunkel so hat es hier noch viel Kohle oh alter rechter einschlag mit dem Metallschwert lol tja wie gehen wir jetzt hier weiter also unser Wasser haben wir verloren ich gehe nochmal nach oben und dann nochmal Wasser das ist ja hier ist ja eine Trauerfeierjahr aber jetzt nur gleich mal zwei Wasser und macht die Welt von so richtigen Brunnen ach nein das ist ein böser Viech ein böser Viech das ist ein blödes Viech wo geht es denn wieder hoch ach was ist das wo wir hoch können oh mein Gott wagt es dir du Antran so ihr seid gefahrenlos oh jetzt ist ja noch einer in der Vorstufe okay jetzt sind die Gefahren los da habe ich noch eine in der Vorstufe übersehen gehabt so hier ist noch dunkel wahrscheinlich deswegen so ich mach mich heller ach ja mach mir krach versteht man sein eigenes Wort nicht hier ist ja schlimm ist das ja oh nein ein Creeper komm mal her aua oh alter zwei Creeper ich will Karotten oder Kartoffeln warum vergesse ich mal was ich will Enderman 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 das ist der der gar nicht kennt so wasser wir brauchen wasser 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 soll ich echt nochmal einen Eimer ne komm wir machen was anders wir machen was anders wir please get out of my way thank you wir klons jetzt hier nochmal einen Eimer wir klons am besten alle Eimer machen damit einen schönen Teich also erstmal schütten wir das Lava weg machen wir uns dann damit einen schönen Teich oh das ist jetzt eine Verschwendung das wird so eine Verschwendung sorry so so jetzt kommen wir uns mal hier ein bisschen Wasser da seht ihr die beiden haben gesteckt und die beiden haben jetzt nicht gesteckt und die kriege ich aber auch nicht gesteckt da kriege ich jetzt nicht vertauscht ja also hier habe ich jetzt eine Fireblock mit dem kann ich nichts machen doch das geht wieder aber der ist wieder alleine es ist so seltsam also keine ahnung von hat liegt ich habe ich absolut kein plan ich habe da noch keine logik drin da drin erkannt ich habe zwar schon ein paar vermutungen woran das liegt aber eben alles nur vermutungen und ich habe kein essen mehr gott ich sollte mal langsam hier wieder Nein 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 noch ein weiter unter habe ich jetzt was mitgenommen ja doch habe ich Alter macht mich immer nicht Kiri ist doch keine krank sind doch alle macht doch alle mit Absicht hier äh da na komm danke danke weiter 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 immer weiter immer weiter dankeschön yay so warum ist hier viel Sand einmal Sand ist da komm wir machen hier mal auch noch mal eine Fackel hin dann ist jetzt hier nicht so dunkel und damit nicht so monsterfreundlich hier dann könnte sie immer noch alle so wasser das wasser kommt man hier oben irgendwo hin hier zum beispiel so haben wir hier so ein schönes becken ach Leute aber da seht ihr da die schwarzen die schwarzen die hänge praktisch in dem stein drin ja komm perfekt gut so und hier mit glaube ich mir jetzt wieder äh ihr kommt da 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 so bam perfekt und das nochmal einmal ach so jetzt noch was da drin oh hä da du noch da bam bam so ähm klappe ähm scheiße ich wollte den weg hier wasser machen und dann kann ich da jetzt lava klauen war aber ein bisschen zu lang hier ist gerade ganz schön dunkel danke ja wir wollen das mal ein bisschen schon ab hier komm her komm her könnt ihr einfach mal sterben gehen oder sterben wir davon gar nicht doch die sterben ne ja genau ja die sterben ich wollte gerade sagen wir haben es so viel gewesen wenn wir doch nicht sterben sollten fuck you so jetzt äh äh perfekt ha das war genau das was ich wollte nur warum eigentlich oh komm leck mich doch ganz ehrlich lecker mio so ich nehme mich mal mit hier und pack dich einfach mal gerufen da so eh wir brauchen noch gar nicht so viel lava hä what ah geht doch why ein glück habe ich vor langer zeit versucht äh aufgehört zu versuchen alles wir verstehen es gibt viele sachen im leben die machen einfach keinen sinn da könnt ihr eure mutter fragen eure geburt zum beispiel die macht absolut keinen sinn fuck gut sind die stein spitzhacken bald mal weg dann geht es ja bald mal wenn wir denn die ersten metall hacken bauen mal richtig flott zur sache hier mal richtig flott zur sache hier mal richtig flott zur sache hier ja was denn jetzt ja das da ähm wie war das mit den genau mit den zahlstassen kann man auch arbeiten okay wird durchsetzt wird durchsetzt gleichzu schneller move hier jawoll genau das hu scheiße pf ja du weg du weg weg kann ich nämlich hier das wasser wieder einsammeln perfekt nein ach nö leck mich doch ach nö ach nö zum glück haben wir hier so einen dingebaut alter wusste schon dass sowas passiert stand ja quasi im geschicht schon drinnen ich würde keine scheiße hier unterwandern oder wir machen jetzt echt alles ab dann würde ich aber doch gerne mal eine die benutzen aber das dauert halt einfach so ewig oh ne kann man nicht machen kann man nicht machen ich meine das hat schon mit einer diamanthacke gedauert hat statt schon ewig also äh mit einer metallspitzhacke brauchen wir da erst gar nicht rangehen geschweige denn mit einer steinhacke oder sowas ja hier drunter ist auch wieder schon lavaaktivität wow halle julia ha wir backen uns einfach mal in die richtung hier vor das sieht ja relativ interessant aus ich hab so ein gefühl und mein gefühl ist gefühlt immer gut hab ich ein gefühl dass es so ist mein problem ist gerade ich weiß gerade gar nicht wie lange die aufnahme jetzt überhaupt nicht mehr geht hab zwar viel übergeguckt hab aber nicht mehr im kopf wie viel das eigentlich gerade war also das ist der alte der wahnsinn ist das hier jetzt nur einer oder ja doch ist nur einer ein einzelner verlaufender genau spast äh wisst du was hier kommt einmal ruft da wappen dankeschön ja du solltest das eigentlich nicht aber egal obwohl es ist eigentlich nicht risikobeseitigung dankeschön oh ha ist überall schon dunkel hier na komm dann guck mal schneller hier hm aber irgendwie gibt es ja doch kaum mineralien also außer jetzt hier wetstone massig aber ist eigentlich nicht das was ich gesucht habe hat eigentlich kommt dass jemand etwas brauchbares kommt na gut das war erst mal hier bis das vielleicht auch mal um die ersten diamanten gefunden haben und denn mal hier ähm ja komm lass ich mal hoch hier halt da sollt ihr mich ficken um es mit apowärs worten zu sagen willst du mich ficken oh komm jetzt rein, alter weg hier, einmal weg, einmal weg, einmal weg danke kleiner spaß dir, alter ich komme hier nicht mehr hoch hier was ist denn hier los bedeppert danke noch so einer ich glaube ich geh jetzt erstmal aus der hölle raus und dann lasst das erstmal hier wenn du damit dann auch eine aufnahme unter der nächsten aufnahme suchen wir mal wieder ein paar dungeons ich will endlich karotten und kartoffeln haben ich meine die bringe uns jetzt nicht besonders irgendwie was aber ich mag es halt abwechslungsreich und bisher näher geht uns ja immer nur ververgabenden fleisch also es ist nicht gerade das gesündes damit gehört komm wir nehmen die erste scheiße mal raus wobei so 64 das decken würde ich auch noch drin lassen das schadet nicht man muss ja nicht gut übertreiben bam so und das ist wirklich das bauen wir hier in der höhle macht sich ab deswegen pack ich das am besten auch hier unten rein ich habe auch noch mal die stein hau deswegen hatten wir oben keine jetzt haben wir zwei stein haus und sonst rumliegen hier hier ist ja ja nicht alter na gut du kommst am besten auch noch hier lass mich dich hier lass mich am besten mal beides wow ich würde mich verarschen da hat es was 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 please was 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 ist jetzt guten morgen muss ich bestätigen ja ich glaube wohl langsam ein bisschen sinne gut ja das brauchen wir nicht das können weil die kramkiste das auto einmal also hier noch ein bisschen das kommt da rein das kommt da rein das auch 15 mal eisen hauli mauli packe ich hier schon mal rein was aber noch nicht an weil ich will ja die folge jetzt beenden nur dass es da schon mal drin liegt quasi so hier kommt das gedönsdrehen das gedönsdrehen das kommt da nicht rein aber das kommt da rein das da rein das kommt da rein das kommt nein es ist wir brauchen erstmal noch nicht aber es ist trotzdem schon etwas also haben wir sogar schon drin gehabt was jetzt nicht unbedingt müll ist und wir können halt jetzt damit noch nichts anfangen also es ist doch will kommen komplett raus hier darin ab dem post so okay dann würde ich mal sagen also ein spider kann auch da rein das kann man glaube ich sogar braten die sich gerade gar nicht aber glaube ich kann man es braten dann kann man das essen oder warum das von fette anderen sachen ich habe keine ahnung gut ja dann was ist erstmal damit da würde ich mal sorgen nein perfekt so ciao mit v